Wir haben immer wieder Anfragen, wieso dass wir unsere Videos nicht auf Hochdeutsch machen. Und darum meine Frage, sollen wir in Zukunft unsere Videos auf Hochdeutsch machen? Das würde dann so tönen. Wir bekommen immer wieder Anfragen, diese Videos auf Hochdeutsch zu machen und nicht auf Schweizerdeutsch. Darum bitte kommentiert unter dem Video, warum und ob wir das in Hochdeutsch machen sollen. Danke für euren Support und eure Meinung.